So, Chat, was sagt ihr? Quick-Community-Event? Sollen wir das mal auschecken? Habt ihr Bock auf ein Quick-Community-Event? Und dann hab ich auch schon wieder, puh, ne? Also sag ich mal, was sagt ihr, hm? Was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ja. Uuuuh, so ein Fein- Wir ziehen uns heute mal wieder was durch die Nache. Falsche Anmoderation. Wir machen heute ein Gaming-Video und wir machen wieder ein Community-Event. Und wir haben heute verschiedenste Farben im Visier. Wir moderieren das hier ganz kurz an. Lassen euch mal wieder machen. Geben euch so 24 Stunden Zeit oder sowas. Und schauen dann mal, wo wir in 24 Stunden stehen. Wir haben folgendes, meine Freunde. Wir haben hier tatsächlich eine wunderschöne Map. Ihr seht das hier? Hier sind verschiedenste Grundstücke. Jeder kriegt ein Grundstück mit einer Farbreihe zugewiesen, ne? Ihr könnt jetzt diese Farben tatsächlich nutzen und hier eure Grundstücke bauen. Zum Beispiel ist hier in der Kiste so ein paar Grundsachen drin, ein bisschen Deko-Blöcke und hier solche Blöcke, die jeder benutzen kann. Aber auf der anderen Seite halt hier, alles was gelb ist und so weiter und so fort, wird benutzt plus Holz. Eigentlich ist das also das Ziel, was wir quasi möchten, ist, dass ihr möglichst viel mit dem Block, der auf eurem Boden ist, quasi baut. Und ich würde sagen, derjenige, der das Geilste baut, kriegt am Ende von mir Tobis Handynummer. Wow, das ist so ein nices Projekt. Nein, wir geben deine aktuelle Handynummer einfach raus, oder? Das ist doch cool. Warte mal, bezahle ich für meinen alten Handyvertrag noch? Bist du blöd? Ja. 144 Spieler kommen rein. Ich glaube, ich mache gleich noch Sport, Tobi. Ich bin süchtig, ne? Nein, hör auf mit dem Zeug, mit dem Gesunden. Was kann ich denn gleich essen? Was kann ich gleich essen, was ultra wenig Kalorien hat, aber ultra satt macht? Ähm, Mac-Menü. Gemüse halt, so einen ganzen Brokkoli oder so einen Blumenkohl, ne? Also Kopfsalat, einen ganzen. Hundefutter. Vielleicht ziehe ich mir gleich einfach einen ganzen Brokkoli rein, oder? Das hat ja wirklich gar keine Kalorien. Vielleicht mache ich das mal. Was ist das denn für ein Essen? Du kannst nicht nur einen ganzen Brokkoli essen. Einfach nichts essen, schreibt ja auch einer. Let's go. Das hat keine Kraft. Okay, 24 Stunden, ihr dürft nur mit einer Farbe bauen. Ich sag's mal so, wie es ist. Baut irgendetwas, was ihr euch wünscht. Und das Coolste in einer Farbe, das versuche ich euch zu kaufen, okay? Und kein Pimmel. Und kein Pimmel, okay? Also, sucht euch was Geiles aus. Wenn zum Beispiel jetzt jemand eine blaue PS5 bauen würde, dann würde ich euch zum Beispiel eine gelbe PS4 schicken. Weil eine PS5 komme ich gerade nicht ran. Wir lassen den Server jetzt gerne mal ein bisschen arbeiten und ackern. Und, ähm... Die Leute sind diesmal nicht im Creative, weil die halt spezielle Items haben. Die haben sie normal im Survival, können aber mit einem Linkstick direkt abbauen, ohne dass die... Okay. Also, wie Creative abbauen. Wie gesagt, je besser das gebaut ist und je mehr ihr von eurer Farbe benutzt habt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch das vielleicht gönne. Ähm, Tobi, komm mal ganz kurz. Der baut gerade... Der sprengt sein Grundstück. Wie geht das? Der, guck mal... Der... Leute, ihr könnt hier Sachen bauen. Leute, einfach baut einfach, was ihr schon immer mal haben wolltet. In einer Farbe. Richtig, genau. Baut einfach in einer Farbe, was ihr haben wollt. Der goldene... Selbst wenn es jetzt eine goldene Banane wird, ich kauf dir eine Banane. Bro, Reetor, wer will nicht von Reh wie eine Banane? Sagt ehrlich, Alter. Guck mal, was die hier alles... Ach, Mann, Jungs, jetzt gebt euch doch mal Müse. Gebt euch doch Müse. Gebt euch doch Müse, Alo. Gebt euch doch Müse. Also, wie gesagt, wir warten mal 24 Stunden ab, schauen dann morgen nochmal rein und lösen auf, würde ich sagen, Chat und stimmen gemeinsam ab. Ich hab vor zwei Wochen, glaube ich, irgendwann mal ein Community-Event gestartet. Die kriegen von mir eine Aufgabe und normalerweise löse ich das am nächsten Tag auf. So, als hatte ich in den letzten zwei Wochen gar keinen Bock auf Minecraft und hab irgendwie lieber, keine Ahnung, mich auf Events mit irgendwelchen Frauen geküsst und damit ganz viele weirde Clips erstellen lassen. Okay, Marius. Ja. Okay, pass auf, also, bei dem Event ging es darum, dass die alle... Digga, wie fliegst du so schnell? ...mit dem Scrollrad kannst du deine Geschwindigkeit ändern. Die hatten alle eine Farbe zur Verfügung, ja? Und die mussten aus einer Farbe etwas bauen. Und die mussten etwas bauen, was ich denen quasi schenke. Verstehst du, was ich meine? Ah, du schenkst den Leuten also... Das, was die bauen. Zum Beispiel hat hier jemand den PS5 gebaut. Siehst du das, was ich meine? So, jetzt müssen wir uns halt überlegen, was ist das Geilste, was auch realistisch ist, was ich den Leuten halt schenken kann. In Minecraft quasi. Ja. Was sie dann von mir bekommen. Also in real life. In real life, genau. Die mussten quasi das bauen. Würde auch eine PS5 bekommen. Die mussten quasi das bauen. Stark. Hier ist ein Headset zum Beispiel. Warte, ich tippe dich mal, ja? Tippe dich mal lieber, genau. Guck mal hier, hier ist ein Headset zum Beispiel. Ja, stark. Also Häuser und sowas können wir halt schlecht machen, weil ich kann euch obviously kein Haus schenken. Guck mal, hier hat jemand einen Stuhl gebaut. Ein ganzes Head-Up. Ui, ey, komplettes Gaming-Setup. Das ist nice, ne? Das ist nice. Gaming ist halt ein bisschen cooler, als das hätte zum Beispiel. Alter, guck mal hier, die Red Bull-Dose. Kannst du so eine riesen Red Bull-Dose besorgen? Nee, aber der kriegt dann einfach eine normale Red Bull-Dose. Komm, ich günstig mit weg. Eine? Komm, kannst du schon Tray können. Alter, so eine ganze Tray Red Bull wäre schon Ehre, ne? Ja, das ist schon Ehre. Wie viele Gewinner gibt es denn? Ich habe gesagt, ich nehme mir eine Person raus von dem, was ich am geilsten finde. Das kann auch wirklich was teures sein. Ein Formel-1-Auto. Sehr wild, aber ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Formel-1-Auto kostet mehrere Millionen. Bobbycar. Wo bist du denn schon wieder, Alter? Ich typier dich einfach. Ja, typier mich einfach. Guck mal hier, siehst du die Formel-1-Autos? Ja, sehe ich. Die sind schon geil, ne? Wir sind direkt mehrere, Alter, ja, ja. Zwei Stück, nee, dergar, das kann ich mir nicht leisten. Vielleicht kann ich ihm das hier schenken. Mein Favorit ist bisher das Game-Au. Das hier, oder? Einfach so bauen lassen, genau. Oh, guck mal hier, der will einen Bitcoin haben. Oha, smart. Moin Riff, ich hoffe, du schenkst mir den Bitcoin unter die Grafikkarte. Die Grafikkarte ist ein schwarz, aber gelb ist die Farbe. Der hat die Nvidia-Grafikkarte hier gebaut, siehst du das? Ja, also, ey, aber ich muss sagen, so ein RTX 3090 ist sehr schwierig dran zu kommen. Ja, ja, da komme ich gerade nicht dran, das stimmt schon. Aber so ein Bitcoin? Da komme ich dran, aber ein Bitcoin ist halt 50.000 wert, Alter, momentan. Oder 46.000. Ja, muss doch mal wissen können. Sehe ich mich jetzt nicht. Hier ist ein geiler Bürostuhl, guck mal. Ja, ich muss sagen, bisher mein Favorit, der Favorit, das Gaming-Setup komplett, muss ich sagen. Alter, hör mal auf, du willst nur, dass ich viel Geld ausgebe. Guck mal, was will der hier haben? Ein komplettes Kunstmuseum. Digga, ich glaube, das ist einfach ein Albtraum, der Arme, das hier. Was ist mit dem Heißluftballon da hinten? Was ist mit dem Heißluftballon da hinten? Damit sehe ich mich, Digga, mit einem Heißluftballon. Ey, hier ist so eine Oldschool SNES oder so. Schau mal, ich, oh, warte, 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 wo börte ich? Ich tippe mich zu ihr, wo? Genau, Chad, Revi muss eine Sache kaufen, die hier in Minecraft nachgebaut wurde. Das ist eine Switch, Bro. Das ist sehr cool. Das soll eine Switch sein. Ich glaube, es ist eine Switch, ja. Aber Switch ist auch cool. Aber ich habe eine bessere gesehen. Das wäre doch günstig. Ja, guck mal hier, die Switch ist deutlich besser gebaut. Die ist deutlich geiler. Ja, oh ja, die ist deutlich geiler. Die Switch ist sehr, sehr nice, true. Hier will jemand ein Handy haben, guck mal. Was für eins? Sieht aus wie ein iPhone. Ja, schon. Was würdest du schon das Pro dann gönnen, oder? Auf keinen Fall. Das Headset hier ist überstark. Das Headset hier ist richtig stark. Gibt es das dann auch genau in der Farbe? HyperX hat sowas, glaube ich, ja. Digga, das ist no joke strong. Das wäre strong. Das ist sehr, sehr strong. Das wäre strong. Ich kann auch einen PC rauslassen. So ist es nicht. Was sind das für Blöcke, diese pinken? Das ist ja übel cool. Hier sind ja noch ein paar andere geile Sachen. Aber guck mal, wie soll ich jemandem sowas schenken, Digga? Weißt du, was ich meine? Ja, man kann das ja... Was soll das überhaupt sein? Na, Digga, einen Wald. Ich kann dir keinen Wald schenken. Oh, guck mal hier. Hier ist nochmal ein ganzes Setup mit Curved Monitor. Oh, der Curved ist eine starke Idee. Ja, sehr, sehr nice. Guck mal hier, Bro. Hier ist ein komplettes Gaming-Setup wieder. Aber guck mal, sogar mit deinem Minecraft-Skin auf dem Monitor. Das ist wieder so ein Detail, das ist schon ein Pluspunkt. Ja, ja, true, 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 true. Digga, hier haben einfach manche Leute Autos gebaut. Weißt du, was ich meine? Hier ist ein Big-iPhone. Hier ist ein DJ-Mischpult, Baby. Oh, was? Au, DJ-Mischpult. So ein Pioneer-Ding, Alter. So ein, so ein... DDJ-400, das ist Denon. Das ist Denon. Ja, 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 wie sowas. Das ist schon geil. Reloop-Exit-Cut. Das ist halt sehr scheiße gebaut, aber eine geile Idee. Was will der Typ? Digga, ich kann dir keinen Menschen schenken. Man darf keine... Man kann keinen Menschen verschenken. Das macht man nicht. Guck mal, der Bro will eine Eisenbahn haben, oder was? So eine Modelleisenbahn einfach. Gold, das gehört dir. Du hast es geschafft. Okay, ich werde dir keine Eisenbahn schenken, Brudi. Es ist super. Das ist doch keine Eisenbahn. Guck mal, hier ist eine PS5, oder? Jo. Kommt man aber auch gerade nicht dran, ne? Chip, man. Ich finde die Aktion auch einfach stark, dass du einfach so Sachen raushust. Das ist schon sehr cool. Ah, guck mal, der Bro hier. Warte mal. Der hat einen... Das ist easy. Ein Schiff. Der will einfach nur ein Schiff haben. Mehr will der gar nicht haben. Günstig. Günstig. Ein Schiff einfach, oder? Ich glaube, es ist ein Schnapper, ja. Ja, ein Schiff ist doch machbar, Digga. Ja, easy. Ich bin irgendwie big... Ich bin big-Fan von der Switch, muss ich sagen. Die Switch gefällt mir sehr gut. Pass auf. Also, ich bin die PS5, bin ich stark. Die Switch? Die Bitcoin, lol. Die Switch und die Kopfhörer. Die Handys sind zwar auch geil, aber das ist... Das ist mir nicht nice genug. Pass auf. Weißt du, was ich glaube, ich mache? Weißt du, was ich glaube, ich mache? Ja. Ich sage es mal so. Ich glaube, wenn ich es smart mache... Ein Headset kriege ich auf jeden Fall über HyperX geklärt. Dann mache ich drei Sachen, dann mache ich drei Sachen. Ein Headset, ein Stuhl und ein Headset und ein Stuhl. Aus Holz hier, ne? Digga, komm, scheiß drauf, wir machen vier Sachen. Ich mache noch eine Red Bull-Dose. Ich mache noch eine Red Bull-Tray. Ey, aber ein Tray dann, komm, ein Tray. Ein Tray. Wir nehmen das Headset hier. Dein Kühlschrank wird eh immer wieder voll gemacht. Das Headset hier. Das Headset hier. Ja, stark. Dann hier vorne auf jeden Fall das Big Baba Red Bull. Eine Tray Red Bull. Prank. Was, Prank? Ich habe dich geprankt. Du hast mich nicht geprankt. Du hast nichts gemacht. Du bist einfach reingekommen und hast geschrieben, Frank. Und den Stuhl. Welchen Stuhl nehmen wir? Welcher ist der geilste Stuhl? Ein Bobbycar, wer auch wild, ne? Nein, der will wirklich Bobbycar hier haben. Der hat ein Bobbycar gebaut, der Bro. Das nehmen wir noch für Lulz dabei. Das nehmen wir noch für Lulz dabei. Fünf Sachen. Bobbycar für Lulz, ja. Bobbycar für Lulz. Bobbycar für Lulz. Den Stuhl. Ehre. Den Stuhl auf jeden Fall. Und die Switch, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Dann nehmen wir, guck mal, dann nehmen wir hier die Switch, oder? Schau mal hier. Die Switch hier noch. Die, ja, die war die geilste, weil da hat man das Logo richtig erkannt. The Fox, Alter. Sub-Size, sechs Monate. Ja. Machen wir. Okay. Sehr, 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 sehr geil. Okay. Geil. Wir haben auf jeden Fall unsere Auflösung. Grüße geht raus an alle Gewinner. Kuss, Marius. Dankeschön fürs mit dabei sein und auflösen. Immer gerne. An euch alle. Ich schreibe euch an. Ich werde euch irgendwie, ähm, guckt bitte auf eure Grundstücke, wenn ihr dieses Video hier seht. Ganz wichtig. Und, ähm, dann kriegt ihr von mir eine Nachricht. Ey, ich muss jetzt los. Wir spielen jetzt Ark Marius. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich grüße die anderen von mir. Viel Spaß. Ich grüße dein Auge. Danke schön. Wie geht es an den Mario Kart? Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.